hallo und herzlich willkommen beim stream von neverwinter leider heute mal ein bisschen spät das hat aber was mit den server zu tun die haben nicht funktioniert dann war heute noch die serverwartung und dann hat die noch andere sachen zu tun deswegen ist ein bisschen spät erst zum stream kommen tut mir leid aber na gut besser spät als gar nicht also viel spaß und nicht wundern jeder partie sind perverse kleine wichser die die wollen immer so gerne naja die wollen immer im arsch gefickt werden ich weiß auch nicht warum die sprechen immer davon sowie laguna aurora die brauchen es unbedingt keine ahnung warum hier wählen da bin ich mir nicht sicher und wenn dann wird wahrscheinlich eher auf episch weil auf normal kann das noch nie du hast kennig getötet aus den unterlagen die er befehlten hat geht deutlicher es ist ein mann ihr habt einen tic immer dieses sein sicher dass alles was den kult wird schlecht für uns so lange die wir zu werden das wird ihr davon halten bei einigen dieser schicken flaschen die trocken zu lassen aber nicht die mystische die ist daneben jedes mal was denkst du woher ich mein ganzes geld habe nicht nur aus verkäufen das machst du vielleicht aber ich nicht das ist 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 das ist das ist das ist das ist ist das das ist das ist das ist das ist das das stimmt ja ich wollte ich wollte ja episch nachgucken ob ich einen schlüssel verbraucht habe ich auch noch nachschauen wie du mich daran erinnerst das mein epische schlüssel habe ich noch perfekt verdammt na toll die haben mich gerade hier gelegt verdammte scheiße verdammte scheiße verdammte scheiße den neuen wolf oder was meinst du laguna ja ja sieht scheiße aus ich weiß sieht genauso aus wie der walk eigentlich der ist genau ja kann er bestimmt haben hat bestimmt toll gut ja oh mein gott was raucht ihr für shit das beste glas in afrika ja das ist immer noch in bambi da ja 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 gar nicht der ist einfach rausgegangen und das mal ehrlich gesagt auch schnippe halt ich ja ich nicht ich ja Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh. Sehr verabschiedslich. Woher ein Skelett brauchst du dich krieg? Krieg ich eins. Geschenkt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was hat dann geschrieben, der Legolas? Dann soll er sich umbringen, dann ist er nicht mehr hängen geblieben. Ja, ich weiß, Laguna, du bist ein Arschloch. Und du bist sogar stolz drauf, richtig? Du bist sowas von stolz drauf. Ja, merkt man. Nur zu wissen. Wo, wo, ins Klo. Wo, wo, ins Klo. Wo, wo, ins Klo. Wie du streichst, ey. Nein, weg hier. Einfach geil, ey. Einfach geil. Okay. Dann ist er vom PC, dann ist er vom PC rübergekommen. Ja? Okay. Muss ich mal schauen, was für eins. Weil sonst werde ich mal dafür sparen. Wann, sonst werde ich mal für das Artefakt sparen. Ist das episch, das Artefakt, oder wie? Okay. Na gut, nichts Besonderes. Also, totaler Müll. Na gut, egal. Na gut, egal. Na gut, egal. Na gut, egal. Keine Ahnung. Oh, man. Der Kult Tarnin. Die Kultisten haben einen Drachenlitch beschworen, um über das Gewicht, das sie ausgraben wollen, zu wachen. Sie wollen sicher gehen, dass niemand anderes erfährt, was wir zugelegt haben. Kümmert euch um den Drachenlitch. Loll, Willi Thrax ist da. Willkommen beim Stream. Sayonara. Ich hasse PvP. Loll, Willi Thrax ist da. Wahrscheinlich ist das Teil aber jetzt gebunden. Ich habe ihn mit dabei. bei was denn ist da der von türen oder was habt ihr vom emposs getroppt gekriegt oder was ist extrem selten so was davon konnte träumen so jetzt bin ich damit auch fertig noch den drachen umlegen und dann bin ich ganz fertig um es geht los was war das denn Best one, Best one, Best one, Best one, Best one! Best one, 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 Best Jetzt kommt, ich will 100 Gold dafür haben. Was bin ich? Ja, so ist er sehen, ne? Willkommen beim Stream. Wahrscheinlich schon. Ja, Potenz brauchst du nicht schreiben, weil Potenz interessieren sich meistens nicht, wenn man das für einen Aplo und Nei kriegt. Ein Mistkerl. Wie heißt denn der Ring denn? Glaubt mal, wie viel der Wert ist im Handelshaus, bin ich da mal gespannt. Ja, ich habe heute einen diabolischen Hut gekriegt. Wie fast jeden Tag. Jemand, wie viel gepanzerten Hawkwolf 100 G haben. Ja. Ja, muss den schon... Ja. 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 In diesem Ding! Oh, diesen Ring der Küste, der ist gut. Den wollte ich Andy auch gerne. Ah, sonst noch mit besorgen. Aber ich wusste bisher nicht, wo man den kriegt. Musst ihm wahrscheinlich Potenz und Stability hingeben, damit du den Ring kriegst. Ja, und das Potenzding ist unter 100.000 wert. Deswegen musst du mir das nicht so zwei geben. Ja, wie gesagt, muss ich schon zwei Sachen dafür geben. Tja, wenn er so doof ist und es nicht braucht und nicht nimmt, dann Blödheit eben. Weil ich würde mir das Set auch holen. Das Set habe ich mir nicht schon angeschaut. Einer hatte es vollständig. Echt krankes Ding. Ist genauso wie beim PC. Wenn du PC-Spiel spielst, ist genau das Gleiche. Finde ich nicht schlimm. Doch, wird die Lila angezeigt. Oh, ich hoffe, also ein Vollidiot. Ich hoffe, Ja, das ist leider ein bisschen scheiße gemacht, meiner Meinung nach. Ja, das ist leider ein bisschen scheiße. Ja, das ist leider ein bisschen scheiße. So ist das immer. Spara! Das ist Spara! Das ist leider ein bisschen scheiße. Das ist leider ein Schauhaus. Was gibt es? Das ist leider ein bisschen scheiße. Oder wie? Das ist leider ein bisschen scheiße. Das ist leider ein bisschen scheiße. Ja, wir sind Neverwinter suchtis. Neverwinter suchtis pur. Wieso das denn? Immer diese Ausreden. Meine Frise. Na ja, hört ihn nach nix besonderem an wirklich. Ja, ist sein Problem. Wenn er, wenn er, wenn er, wollte ich gerade sagen, gibt's Tote, ist sein Problem, wenn's Tote gibt, muss er verantworten. Das ist ja nix besonderes. Das ist ja nix besonderes. Hä? Ja. 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 Er.. Er ist tot. Er ist so tot. Er hat ı ı gesagt. Weißt du was ı ı heißt? Das heißt ı ı. Ja, wahrscheinlich schon. Kommt nächstes Jahr erst. Äh, ne, sorry, tut mir leid. Äh, nicht nächstes Jahr, übernächstes Jahr. Und dann sagen sie übernächstes Jahr über über nächstes Jahr. Und dann sagen sie wieder über 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 nächstes Jahr. Äh, eigentlich wurde gesagt 2016. Ne, wird auch nicht drin sein. Weil, ich hab schon wieder gelesen, dass es wieder... Naja. Sag mal, was ohne Verarsche ist. Sag mal, einfach so. Ja, sei auch, sei auch richtig geil aus. Sieht aus. Ganz ehrlich, äh, Division ist ein Spiel, was ich mir hundertprozentig holen werde. Aber sowas von. Naja. 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 Oh, ich hab ja... Astralias. Wie viel hohe Astralias habe ich? Uh, auch nicht grad wenig. Das ist gut, dann kann ich gleich sofort umwandeln in... Wieviel... Wieviel... Uh... Oh, scheiße. Ist der Preis hochgegangen. 176 schon. Meine Fresse, ey. Das wird ja gar nicht mehr aufzusteigen. Immer noch zu teuer. Der Sintpreis, der steigt immer und immer weiter. Schon heftig. 50 Cent kann ich mir grad mal leisten. Nee. Das lohnt sich immer mit Zen. Auch wenn es 500 kostet. Doch. Das wird sich immer auch lohnen. Ja, ist zwar zu viel, aber es wird sich immer auch lohnen. Jaaaa... Du siehst genau wie Shockwave. Ich hab gesagt, du rierst genau wie Shockwave. So, äh... Ne, das will ich nicht. Das ist mein tägliches Quatsch. Weil ich tägliches Quatsch hab. Ich müsste jetzt theoretisch drei Drachen gehen. Drei Drachen müssen sie sehen. Drei Drachen, die sind für mich weh'n. Wer kommt trotzdem? Listen aus, sondern... Mal gucken, was im Quest-Tagebuch steht. Die Verlorenen sehen sind ja immer noch im Abgrund. Unbeugsamer Stolz. Nee. 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 Äh, keine Ahnung. Du hast schon gehört. Du hast schon gehört. Da, ich weiß nicht. Du hast schon gehört, der Schuss. Der Schuss ist in der Schuss. Die Schuss ist in der Schuss. Das ist er. Dann, äh, wer braucht Hilfe? Sie haben 22.222, 222, was eine Logik überhaupt nicht, einen Töne. So, 50 Cent habe ich jetzt mehr, das ist schön, jetzt habe ich 800 Cent. Jetzt fehlen mir nur noch 640 Cent. Dann kann ich mir endlich das Video. Ja, deswegen sage ich ja, kauf so viel Cent, wie du kannst. Kultisten in Never Death haben es geschafft, Char-Trixis einen übellaunigen grünen Drachen zu überzeugen, ihnen zu helfen. Also, ich hoffe jetzt mal, oh, Char-Trixis ist da. Per-fecto-mundo, da mache ich mal Char-Trixis-Plato. Alter Schöne, ich weiß nicht, was ihr immer für Drogen nehmt. Wenn ich immer das höre, dann denke ich mal, was für Drogen nehmt ihr immer. Ich will die Drogen auch haben. Ich will die Drogen auch haben. Ja, würde ich das Set auch mal mischen jetzt, zusammenfahmen. Zumindest versuchen. Ja, das ist echt teuer dann. Okay, nicht gerade wenig. Ich denke, das wollte ich jetzt machen was. Ja, das ist alles besser. Also, es ist mir extrem, wenn ich das glaube ich scheinbar die Höhenstern. Ich würde mich nicht so sagen, als wäre es sicher, nicht so schlimm. Also, ich würde mich machen, die Höhenstern und michzen. Du bist so wichtig und möchte mich zu machen. Ich werde mich nicht verletzen. Nöne ai sich da? Ja, ich würde mich nicht verletzen. Ich würde mich nicht verletzen. Ja, guck mich nicht zu vergessen. Wir sind, ich würde mich nicht verletzen. Es war mir wirklich nicht verletzen. Es war mir relativ gut. Ja, ja, ja. Das war's für heute. Ja, das wär perfekt. Das wär perfekt, natürlich. Ja, das war's für heute. Ja, das war's für heute. Ja, das war's für heute. Einer hat sich Conan the Barbarian genannt. Ja, das war's für heute. Ja, das war's für heute. 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 вер§ Danke. 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 Das war irgendwie klar. Danke. Danke. Ich hab grad was für meinen Weitläufer schon mal gekauft. Was ich zwar noch nicht jetzt brauche, aber egal. Drachenknochen klingeln. Habe ich grade ihm gekauft. Nötig hat das ja. Das wird er nötig haben. Was bist du? Ja. Das ist es ja. Das ist richtig krank. Ja, Drachenknochen klingeln. Habe ich grade gekauft für nen Weitläufer. Hm. 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 Habe ich kurz den Gold abgekauft. Zwar hat mein Kack genug 55 Gold gehabt. Aber als nix. Mein Main Chart sowieso über 100 Gold. Also ist es cool. Der Kult konnte diesen bisher zwar noch nicht bannen. Doch das ist nur noch eine Frage. Ich weiß. Weswegen hab ich wohl so viel Geld. Ich geb so gut wie nie Geld aus. Und hol mir die ganzen... Wenn ich jedes Mal die täglichen mache, krieg ich da jedes Mal das Geld raus. Also gestartet von Türen ist sehr gut, um Geld zu machen. Wenn man Geld braucht. Ja. Dauerleck. Tot. Durch Dauerleck. Ey. Verfickte Scheiße hier. Drecksdauerleck. Ey. Du was pisst mich an. Meine Fresse, ey. Naja. Egal. Zeige ich schon mal was für mein... Für meinen... Für meinen Waldläufer. Äh. Wie heißt denn die... Äh. Waffe... Äh. Für... 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 Halt mal. Ich glaub das hat sie grad erledigt. Ne. Doch nicht. Das ist ja wie die gleiche Waffe. Wie oft hat er diese Knallwaffe ey. Dieses Arschloch. Das glaub ich ja nicht. Äh. Wie viel kostet die Drachenwaffe für Dingsbums. Ich hab's vergessen. Für wen? Für den Jäger. Ne. Für den Schurke. Genau der Zweifel. Meine Fresse. Und ich hab dafür grad mal 10G bezahlt. Für... Für Waldläufer das Ding. Den Strudel? Den Strudel? Den Str... Für Schurke oder wie? Äh. Ich würd den ja normalerweise nehmen. Aber äh. 30.000 Zeig dafür bestimmt nicht. Da warte ich einfach, dass man da irgendwo ein Goldding anbietet. Und fertig. Holt ich's mal kurz mit Gold. Holt ich's mal kurz mit Gold. Und ich hab mit dich. Und du wachst. Und du wachst. Wachst. Wachst du und du wachst. Und du wachst. Wir sind nicht vor allem. So, was wollte ich gerade machen? 25 ab, 25 ab, 35, verdammt, wir sind die 25, 25, da haben wir doch. Na super, den glaubt ja keiner ran. Was soll ich mir bringen? Äh, nein, warum weiß ich. Oh, ich hab halt noch ein bisschen was gemerkt. Seh ich gerade. Ist mir egal, ist mir egal, ist mir egal. Andere können, ob das dür... Na super, wie viel kämpfen wir hier. Drei? Wie ist das? 25. Ne, das ist falsch. Das ist falsch. Ich bin doch schon tot. Scheiße. Ich hab's mir auch schwieriger vorgestellt. Dann stell' mir vor... Dann stell' mir vor, ich muss auch eh bespielen. Ja, das wird geil. Ich hoffe, er kriegt mal richtig geile Loot. Ja, natürlich, natürlich. Wür' ich die ganze Zeit jetzt auf den Türen machen, ey. Ja. 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 es macht wie jede runde was erwartet dann bist du die starte von türen falsch ja die sind noch nicht mal gebunden das finde ich richtig gut ich habe über 99 stück davon nö wozu behalte ich gehe mal an der kopf ja ich gebe sie meinen anderen korte ja die identifikations dinge ja das ist klar das ist klar so gleich ist der nächste drache tot da wird am liebsten jetzt bald schon einen neuen inventar platz mein charakter platz haben am handel biegt einfach nicht mehr was an so 50 drachentöten erledigt das heißt mein charakter sind drachentöter schon wieder und die kopfbedeckung ist kurz das doch wieso schon wieder kopfbedeckung verdammte scheiße ich brauche die füße ich brauche nichts anderes außer die verfickten füße du arsch ich spiele kopfbedeckung jetzt schon zum was weiß ich wieviel mal die kopfbedeckung kriegt zum dritten oder zum vierten ich weiß nicht mehr so mit demnächst bin ich wieder und ich bin dann drückt 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 nirgendwann und fünfzig hier die nur noch diese Scheiße machen und dann bin ich vielleicht ich glaube 60 schreibt macht gleich wer mit ihr könig hier diese idioten piraten dings booms da ich bin mülder keine ahnung hab's vergessen wie es heißt willst du wissen wie oft wie ich da was episches bei den viechern gedroppt gekriegt habe zweimal denk mal drüber nach wie oft ich das gemacht habe ja das stimmt ja aber nur die drakonische ab wenn ich 13.000 habe spiel nur episch wenn ich 13.000 spiel nur episch auch ich ich veredle damit nur wenn ich genügend davon habe ich lass mindestens immer ich lass mindestens immer zehn stück da meistens es muss ich weiß nicht was sie für diese nicht zulassen dass sie es damit aus diesem jagen schaffen stellung in diesem tal gegen einen russ mühelos pack klinge des schmerzes mann wie die schmerzen muss man da haben aber wieso habe ich jetzt schon wieder so einen scheiß dabei na toll die sind doch ich brauche noch nicht mal mehr kann ich auch wieder verballern wenn ich den längsten meister kann ich auch nicht gebrauchen kann ich auch verballern alle leckt mir doch am arsch wenn ihr das feuer löscht wird sie das um einiges zurückmerken jup das stimmt schon hmmm mal vor